So und damit willkommen zurück zu The Last of Us mit dem Philipp Drachenberg. So, wir probieren hier gerade abzuhauen, aber anscheinend bin ich einfach zu dumm hier den Weg zu finden oder es ist unsere Aufgabe tatsächlich hier alle Klicker umzubringen. Ich denke mal da ist zweiteres auf jeden Fall, ah ne Quatsch, wir müssen hier rein, oder? Ne, stimmt gar nicht, hä, wo müssen wir hin, was ist unsere Mission, man? So, jetzt reicht's aber wohl, hm, hm, ne, jetzt ist das nochmal, warum? Niemand hört, denkt nicht mal dran, mich zu überraschen, sonst geht's euch für euren Freunden, klar? Ja? 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 Zentrabat, das ist doch gut, oder? Hm, 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 dann habe ich dort doch recht, dass wir alle töten müssen, dass es weitergeht. Hm, 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 das hätte ich mir natürlich denken können. So, naja, hoffen wir mal, dass wir jetzt hier endlich wegkommen. Was ist jetzt los? Scheiß doch drauf, hauptsache, die bringen uns bald um. Freilegung. Und es wird so laut auf einmal. Ja, ich komm, fahr doch nicht gegen das Ding. Du hast echt Ruf heute, Philipp, also ganz ehrlich, du bist ja Profi des Jahres, also. Sag mal, wie blöd kann, wie blöd stellst du dich denn heute an schon wieder? Renn doch jetzt. Lauf! Hau ab! 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 ich komm schnell lauf haut ab mir drecks wie ich ja oh heiland sark nicht überhaupt so viel munition in der knarre jetzt übertreibst aber ich glaube das war's die 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 wurde beide gebissen ok sind wir wieder zurück bei joel ich weiß was ich tue teile mein wohl wieder hier nehmen wir das ding doch nie ganz ruhig wie ich das sehe gibt es zwei möglichkeiten die 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 wir kämpfen wir werden zu einem von diesen dingen wir hätten bis heute schon so oft drauf gehen können wer weiß was bis morgen noch alles passiert aber wir kämpfen um jede sekunde die wir zusammen sein dürfen ab zwei minuten oder zwei tage das geben wir nicht auf ja das ist schon wichtig ich will das nicht aufgeben ich sag lass es uns aussitzen wir haben paar sterben wir trotzdem und Nummer 3 sorry komm verschwinden wir hier verschwinden wir hier verschwinden wir hier komm 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 oh das war's jetzt schon dann ist irgendwie schon ein bissl naja dann nämlich jetzt die last of us ist fertig dann wissen wir jetzt auch die hintergründe zu die genau bis zum bis gekommen ist und ihre freundin gestorben ist und so traurig was ich euch kurz zeigen wollte ich hier kann mal sehen was mir alles eingesammelt habe genau wie viel mehr gefunden habe ich habe tatsächlich alles auf level mittel abgeschlossen ich habe es dann ich hoffe ich habe das let's play gefallen wenn ihr wollt könnt jetzt gerne like und abo da lasse und bei andere projekte auf meinem kanal für die betracht berg gern vorbeischauen mir kehre dann zurück und sobald part 2 kommt und ist ok wird er besser auf meinem rechner lauft werden wir uns wahrscheinlich auch part 2 auf meinem kanal für die trache berg anschauen ansonsten haltet auge auf für weitere videos auf meinem kanal und genau auf jeden fall in 9 von 10 spiel auf jeden fall fast schon 10 von 10 aber eigentlich ist nicht gerechtfertigt dass ich die mit 10 von 10 gibt aber die grafik ist halt leider hier nicht ganz optimal geregelt wegen meinem pc naja ich wünsche euch noch eine wunderbare zeit möge die macht des impfstoffs mit euch sein den dienst noch gar nicht gibt und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao